Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2017 mit der Miri und das Baloui. Ich bin das Baloui. Ich bin der Miri. Und wir sind zurück am Start und es gibt direkt am Anfang Kohle. Ist doch super, oder? Nee, ich dachte wir machen Heu und Blumen und so. Ja, Blumen. Ach, du hast was gegen Kohle oder was? Ja. Das ist schon ziemlich kacke. Da hat auch jemand ein sehr aufklärendes Kommentar geschrieben zu fossilen Brennstoffen. Aber hatten wir fossile Brennstoffe denn als... Ja, gut, wir hatten ja so... Ja, in Form von gewissen Sachen. Ja. Und was hat er geschrieben? Ein Kommentar. Ah. Okay, wir wollen ja so bald mal eine Folge machen, wo wir auf die Kommentare drauf eingehen von den Leuten. Das machen wir. Das machen wir. Das machen wir mal zu den Themen mal eine Revue-Folge machen. Ja, hatten Katze auch nicht so überlegt, das würde ja mal ganz gut passen. Gut zu wissen. Miri ist da komplett ausgenommen. Ja, irgendwie. Miri darf zuhören, während Monolog Katze redet. Miri hat sich übrigens bereit erklärt, die Folgen für uns zu schneiden und die Kommentare dann einzublenden. Reicht doch, wenn man sie vorliest. Finde ich nett von Miri, dass sie das gemacht hat. Ja, finde ich auch nett von Miri. Wer ist Miri? Miri ist super. Wo wohnt die? Ist Miri deine Katze? Jetzt in Zukunft heißt du noch, ist Miri deine Katerin? Ja, das ist die Tat. Nein. Naja, manchmal. Katze Minutes, oder? Alles, was man cutten muss, macht Miri. Alle Vlogs und alle Katze Minutes. Alle Vlogs und alle Katze Minutes? Die Startstofffolge muss ich auch cutten. Du meinst dieses Intro davor cutten? Ich kenne das Problem. Das Intro? Das Intro, wo man den Ton weglässt. Nicht mal das kriegst du hier richtig. Aber das gehört ja zu deinem Giveaway, Leute. Schau mal bei mir. Die Leute sind so verwirrt gerade. Die Folgen sind vor allem noch nicht mal alle da. Ist das gut? Das wird lustig, ja. Freut euch. Katze hat zwar was angespoilert, aber da kommen wir dann irgendwann später zu. Da gibt es dann extra Video für. Gemein. Dass ich schneiden muss. Ja. Ja, aber nur wenn es in Real Life. Dann lass ihn doch das als Start-Stop-Auftahm-Aufnahme machen. Ich glaube auch. Dass du weniger Auftahm. Man verspricht sich zu oft, wenn man so auf dem Sofa sitzt und was erzählt. Echt? Also ich verspreche mich ja selbst zu entfolgen zu oft. Miri verwirrt mich. Die sitzt halt immer vor mir und guckt mich an. Und dann fängt sie mal an zu lachen. Nein, meistens gucke ich durch die Gegend und habe die Kamera vor mir stehen. Weil Filmen muss ich auch noch. Hallo, du kriegst Geld dafür. Ich habe gestern 15 Anläufe, ungelogen. 15 Anläufe für den Satz, der Ruckzuck-Hieb-Critted bestimmt mein Mewtwo gebraucht. Der Ruckzuck-Hieb-Critted mein Mewtwo. Ist schwer. Eigentlich nicht. Aber ich war komplett durch. Vor allem der Inhalt des Satzes ist auch interessant. Ja. Warum? Das arme Mewtwo von einem Ruckzuck-Hieb-Down. Beim Mewtwo doch eins der stärksten Pokémon in den ersten Spielen. Naja, zumindest denkt es, es wäre das stärkste Pokémon. Naja, also ich habe meins auf die Box legen müssen, weil es mittlerweile einfach dem Simsala in meinem Team eiskalt die Show stiehlt. Und das sind noch 10 Level Unterschied. Da hast du lieber gesagt, nee. Nee, dann nehme ich lieber den Simsala. Weißt du? Lieber den schielenden Schnurrbartträger. Katze, wann darf man das Let's Play denn davon bei dir sehen? Naja, also sagen wir es mal so. Die ersten 12 Stunden sind aufgenommen. Start-Stopp-Aufnahmen, ne? Da muss man cutten. Da muss man nicht so viel cutten. Nein, ich habe die am Stück aufgenommen und muss die doch cutten. Hä, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du 12 Stunden am Stück gespielt hast und dabei gelabert hast. Nein, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Ich habe zuerst 7 Stunden am Stück gespielt und gelabert und heute nochmal 5 Stunden. Oh, gut. Aber ja, am Stück geredet und gelabert. Na, das ist cool. So ein Let's Play würde ich auch gerne mal schaffen. Aber Miri unterbricht mich immer. Ich darf da nicht mal reden. Ja, dann kommt so mitten in der Nacht. Wie? Die Fresse. Du redest zu viel. Could you please stop talking? Thank you. Hallo. Hallo. Wer ist da gekommen? Katze, was machst du eigentlich gerade? Na, nicht von Miri. Silage abfüllen. Ach so. Ja, ich dachte, du könntest vielleicht hier die ganzen Bäume aber wegbringen. Könnte sogar der Fall sein. Aber ich tippe alle... Auf den Ball, nein! Oh nein, mir dieses Blatt. Du könntest schon mal oben überall das Buschwerk absägen, Miri. Mach ich doch. Du siehst es noch nicht, weil du nicht sehen kannst, dass ich die Kettensäge in der Hand habe. In dem Moment, wo ich loslaufe, ist mein Fleece-Bahn zu Ende. Natürlich ärgerlich. Ja, traurig, fies und so. Pauli. Ja? Wenn du kein Mitleid heucheln kannst, dann versuch's erst gar nicht. Peace. Aber der Ruckzucki bequittet deinen Mewtwo. Es stimmt, mein Mewtwo. Ach, Mist. Ähm, okay. Thema, Thema, heute. Thema, Thema. Ich bin Miri. Weiß nicht, ob sich das jetzt noch lohnt. Thema. Ich bin Miri. Wir haben sechs Minuten Folge. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ja, das Problem ist, wir fangen meistens mit Themen an. Dann hat jeder was dazu zu sagen. Und dann geht die Folge in 25 Minuten. Und dann muss Katze noch seinen Monolog halten, der noch mindestens eine Viertelstunde geht. Deswegen fangen wir das Thema als nächste Folge an. Fies. Seitdem jemand hat... Und was sehen wir heute? Ich glaube auch. Wir haben einfach das Thema vergessen, das war alles. Ich hab eine Textdatei offen, wo die drinstehen, damit ich sie nicht vergesse. Ja, gut. Du hättest das mal früher gehabt, gell? Ja. Fies. So oft schon gewesen. Ich hab ein Thema für die Folge, jetzt hab ich's vergessen. Sag mal, ist das hier eigentlich heute gerade Baluimobbing-Tag oder was? Das ist das Thema für heute. Was heißt denn von Baluimobbing? Von Baluimobbing? Also ich als Betroffener. Ach, du als Betroffener hast da nix zu sagen. Ich bin auch betroffen. Weißt du, wie oft das in meinen Donations steht? Weißt du, wie oft das in meinen Donations steht? Nein, wie oft denn? Wenn dann mal welche kommen, auch. Immer mal wieder. Vor allen Dingen einer ganz speziell. Der sagt, cause I'm Tom. Jedes Mal. Ja, Leute. Und, 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 äh, ja. Und wer hat's erfunden? Ah, das ist Rehkucker. Eine böse Katze. Hey, ist dein Feld eigentlich schon gewachsen, Miri? Ich fürchte nicht. Das Schlimme ist, es sollte auch möglichst nicht wachsen, weil es regnet gleich. Oh ja, richtig, ja. Das bedeutet, wir können dann wieder nicht ernten. Was denn? Die Gute ist, ich bin ein Star. Für die Baumstämme. Ja. Wie schlecht ist, ich hab vergessen, wo ich den Aufsatz hingetan hab, für die Baumstämme. Welchen Aufsatz? Den müssen wir jetzt erst mal finden. Nein, vielleicht. Hast du den vielleicht bei der Lehrerin abgegeben, oder was? Da ist er, 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 da ist er. Oh, Aufsätze bei Lehrern. Ich, ich war, Aufsätze-technisch irgendwie eine Geschichte aus dem Nichts zu schreiben, gar kein Problem. Ja, das konnte ich auch, hab trotzdem eine Fünfe gekriegt. Ja, weil Schreibfehler gegolten haben, hab ich immer eine Fünfe gekriegt. Das, aber vor allen Dingen hat den Lehrern meistens die Story nicht gefallen. Das war immer zu viel Fantasie, oder? Es war einmal ein Goldfisch, dann war der Tod. Ich weiß es gar nicht mehr, schon so lange her, meine Schwimmzeit. Worüber hat man denn immer so Aufsätze geschrieben? Wir mussten immer Grundgeschichtsanalysen machen und so eine Kacke. Ja gut, ich weiß nicht, ob ich hier schon überrasse. Da war ich mal voll gut drin, weil die Hälfte meiner Klasse vergessen hatte, das Blatt umzudrehen, wo die Geschichte weiterging. Und ich hatte das gemacht und hatte dann eine Eins-Minus. Nur weil du uns einziges Blatt umgedreht hast. Ja, herzlichen Glückwunsch, Miri. Voll gut. Miris' Erfolge beruhen auf dem Gymnasium. Weißt du, auf dem Gymnasium kann man das nicht voraussetzen, dass die Leute das Blatt umdrehen. Das Traurige ist, Miris' Erfolge beruhen auf der Unfähigkeit von Personen. Das erinnert mich an so viele Situationen. Das war so gut. Miris ist immer so produktiv, weil wir in der Gegend rumstehen und Bäume fällt. Ja. Das ist ehrlich, Miris' Erfolg basiert nur aus der Unfähigkeit anderer. Toll. Das war so gut. Was gefällt mir? Hä, Blauli, hier fehlen ein paar Bäume. Ja, die Bäume hab ich auch weggemacht. Warum? Ja, wie meinst du, da fehlen Bäume? Doof oder so? Da hab ich hier extra fällen. Hier fehlen Bäume. Hier fehlen Bäume, Blauli. Du hast hier Bäume kaputt gemacht, Blauli. Ja, tue mir leid. Kann ich was fällen? Das ist ganz schön kahl geworden, die Landschaft hier. Das ist einfach unser Ziel im Landwirtschaftsumland. Jeden Baum auf der ganzen Bäume. Hier ist ein Baum, mach ihn weg. Andere versuchen, Pflanzen anzubauen. Wir bauen sie nur ab. Wir machen einfach alles. Sobald ich das Vollerntefahrzeug habe für Bäume... Kannst du den Baum hier fällen mit meiner Ketten? Nein, bitte nicht. Das ist meine Gabe. Dann fäll ich jeden Baum auf der Map und dann wird das... Dann wird das eine Special-Folge. Ist schon gefällt. Oh, Baum fällt. Würdest du den mal bitte gerade abschneiden? Wie kann man denn nun einen Baum so schräg abschneiden? Ich wollte mich selbst damit erschlagen. Guck dir das mal an, was du da gemacht hast. Aus Versehen. Aus Versehen. Ich kann das, ich kann das. Oh, kaputt. Jetzt hast du da so einen Mini-Strunk hier. Ich hoffe, Katze vergisst den nicht. Da. Guck's dir an. Cool. Ich hoffe, du bist stolz auf deinen Mini-Baum. Cool. Dann gehe ich mal die ersten drei Bäume wegfahren. Tschüss. Wie drei? Ich dachte, du kommst ja mit dem Tieflader. Was soll die denn auf dem Tieflader? Ja, du hast gesagt, damit würde es dem Transport wahrscheinlich gut gehen. Nein, habe ich nicht. Wo hast du sie dann reingetan? Ich habe die mit meinem ganz normalen Ding hier transportiert. Ach, mit dem. Ja, aber mit dem Tieflader wäre es doch trotzdem nicht. Eine Idee, oder nicht? Wie sollen die denn auf dem Tieflader stehen bleiben? Das weiß ich doch nicht. Das sieht gut aus. Deine Aufgabe, sowas rauszufinden. Miri, du kannst auch. Nimm dir die kleine Raupe und fahr damit auch Holz weg. Nein. Nein, ich bin Miri. Wir sind lieber, wenn wir dein Pick-up durch die Gegend heizen. Ja. Ja. War das jetzt die Antwort, die du wolltest? Nein, das war nicht die Antwort, die er wollte, hat er gerade gesagt. Falls du es nicht verstanden hast. Nein gesagt. Was ist an Nein so schwer zu verstehen? Ich wollte es nur übersetzen. Nein heißt nein. Viele Leute verstehen das nicht. Heißt nein, ja? Ja heißt nein. Nein heißt ja? Nein heißt nein. Ich glaube, das Beste war, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt beim Kölner Karneval, dass deren Motto war, Nein heißt nein. Wegen den sexuellen Übergriffen, ne? So. Aber Nein heißt nein. Ich meine, das Thema ist sicher nicht lustig, aber ich finde, das Slogan finde ich lustig. Ich finde das für sich als Thema auch interessant, dass man das noch dazu sagen muss. Weil die Personen, die das ja versuchen zu entfremden, schon ziemlich weltferben sind. Ja, aber wer denkt denn, dass Nein, Ja heißt? Es gibt Leute, die der festen Auffassung sind, dass manche Menschen nur das eine wollen. Achso. Ja, also meine Oma. Nein, was? Das ist jetzt der falsche Übergang. Oh, jetzt kommt wieder eine Überleitung des Todes. Neulich, jetzt kommt der Übergang mit. Neulich war ich mit meiner Oma enttäuscht. Nein, ich meine, bei einer Oma ist Nein auch nicht Nein. Aber das wäre jetzt mit den sexuellen Übergriffen etwas ein bisschen unfassend. Wie bei einer Oma ist Nein auch nicht Nein. Was? Warst du schon mal bei deiner Oma essen und hast gesagt, Nein, ich möchte nicht mehr. Ist genug. Nein, 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 nein. Aber Kind. Nein, nein. Nein, nein. Doch, ihr hast du es. Also, solange meine Omas noch gelebt haben, war die eine mich nicht zum Essen eingeladen und bei der anderen, die hat relativ schwäbisch gelebt. Das heißt, da gab es nichts zu essen, oder? Doch, aber nur, was du dich selbst gepflückt hast, Kappa. Ja, geh mal in den Garten und hol schon mal dein Essen. Ne, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich war, ich habe, ich habe als Kind, ich habe, zu der einen Oma hatte ich ja so gut wie gar keinen Kontakt und die andere Oma ist ja 2001 schon, also wo ich sieben war, gestorben an Krebs und war davor halt lange im Krebskampf. Und dementsprechend habe ich von der nie irgendwie gehört, ja, ist, ist oder so. Ja, gut. Aber unsere Oma hat das immer viel gemacht. Ja, du musst doch groß und stark werden, aber ich bin jetzt groß und stark und viel zu stark. Dankeschön dafür. Ich bin viel zu stark. Ich habe einfach meiner Oma die Schulter sich durchgehe. Ja, ich denke auch. Ich denke, das ist gerecht. Ja. Ich habe dich doch nur ernährt. Oma. Oma hat gesagt, ich soll immer aufessen. Sie kann da nichts für. Miri, mach dich doch mal nützlich. Ich frage mal Katze, ob er dir einen Baum auflädt. Ich lade mir den selber auf. Wenn du den jetzt fällst, dann lade ich ihn mir auf. Fahre ein Stück vor. Vorsichtig. Mach Spanghut los. Nochmal. Ja, jetzt hast du ihn. Viel Spaß damit. Wuhu. Das funktioniert. Wuhu. Oh, jetzt kannst du reinschieben. Nein, das ist Bauchstabepicke. Warum liegen hier überall Baumstämme auf der Wiese? Ja, das ist äh. Das Deko. Ja, das ist Deko. Ich glaube nicht. Miep, miep. Miep. Bin leider immer noch nicht in der Lage zu sagen, dass hier in irgendeiner Variante das... Hi, Miri. Hallo. Das ist ja interessant. Das ist die fährten hawaiianischen Weihnachtsformen durch die Gegend. Ja. Ähm... Da... Nein, das ist ja Autoschmuck. Andere hängen sich Duftbäume ins Auto, Miri, ganz Baum. Ans Auto so. Hui. Das macht man so, als die davon erzählt haben, ich soll mir einen Duftbaum ins Auto hängen. Ja. Wenn dir jemand schon sagt, du solltest dir einen Duftbaum ins Auto hängen, dann sollte man vorher anfangen zu duschen. Das ist doch mein Auto. Ja. Ich glaube nicht, dass der Geruch des Autos dann das Schlimme ist. Ich, äh, doch. Ich, äh, doch. Hallo, Miri. Hallo, Miri. Hallo, Miri. Ja, dann legt sie nicht immer so einen Weg, deine Baumstämme. Das kann das schon. Schlimm, sowas. Ich glaube nicht. Oh, hier ist noch ein Mini-Baum, Miri. Mini-Baum, Miri. Na, Mini-Baum, Miri. Wenn du das Ri von Miri wegnimmst, dann ist es ein Mini-Baum. Mini-Baum, miri. Kannst du den aufladen, Miri? Kannst du den selber hochheben? Den Mini-Baum? Oder ist das Objekt zu schwer? Ah, du kannst es. Nein, wo ist er hingefallen? Oh, der Mini-Baum, miri. Ich habe ihn, ich habe ihn. Ich habe ihn hoch. Wie ist der Mini-Baum? Leute, ich war neulich im Obi. Okay. Und da habe ich zusammen mit meiner Kloschüssel nach was gesucht. Warte, die Kloschüssel, die du zweitulich spätst, oder? Klobrille. Und da war das Problem, dass die Maschine kaputt war. Die Maschine, die am Ende die Türe geöffnet hat. Und da mussten dann einzelne Leute von dem Baumarkt dastehen und Getränke ausgießen. Und um auf den Punkt zu kommen, den ich damit anstreben möchte, ist, wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaut ihr bei Miri und Baloui vorbei. Ich habe den restlichen Text vergessen, mach das gut, ciao. Wenn du jetzt erwartest, dass wir das lustig finden und lachen. Ich fand das nicht lustig, das war die Abmord. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020